Schauen wir mal, ob mein Mikrofon funktioniert. Jawohl, wunderbar, hervorragend. Gut, ja, dann wollen wir pünktlich beginnen. Herzlichen guten Morgen zu diesem Webinar. Ich darf Sie begrüßen heute zu einem Webinar von Mirasis und wir sprechen heute über unsere neue Spotter Web und Mobile Applikation, browserbasierend, mit der Sie auch Zugriff auf die Mirasis Software eigentlich von überall haben. Bevor wir starten, ja, stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Udo Schneider. Ich bin heute Ihr Moderator. Ich arbeite für Mirasis als Sales and Business Development Director in Mainland Europe und darf Sie heute begrüßen aus dem süddeutschen Raum. Ja, die letzten Tage waren sehr sonnig. Heute ist es ein bisschen bewölkt. Das tut aber unserem Motivation keinen Abbruch, sondern wir wollen in diesem Webinar Ihnen was Neues vorstellen. Vielleicht, bevor wir anfangen, eine kurze Hausaufgabe. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, wenn irgendetwas unklar ist, wenn Sie besondere Fragen haben, dann stellen Sie die bitte in der Q&A, im Q&A-Bereich von Teams. Wir werden Sie dann zum Schluss beantworten, vielleicht zwischendurch auch noch. Aber bitte seien Sie so frei und stellen Sie einfach Ihre Fragen, damit die auch beantwortet werden können. Sollten Sie anonym drin sein und es kann sein, dass ich vielleicht eine oder andere Frage, die doch vielleicht zu tief geht, nicht sofort beantworten kann, dann bitte ich Sie auch, einfach Ihre E-Mail-Adresse dazu zu schreiben, dass wir Ihnen dann anschließend noch antworten können. Okay, steigen wir gleich ein. Was erwartet Sie heute? Natürlich ein bisschen ganz kurz über Mirasis, wer wir sind, was unser VMS Video Management System ausmacht. Dann steigen wir gleich ein und zwar in den Spotter Web. Wir erklären ganz kurz, was es bedeutet, was es damit auf sich hat. Wir werden ein paar Szenarien kreieren, wofür man es benutzen kann, wo es wirklich nützlich ist. Dann gehen wir auf die Hauptmerkmale ein und dann werde ich, habe ich ein Demo Video vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, was so die einzelnen Funktionen sind. Das wird so etwa zehn Minuten dauern und dann gehe ich auch noch mal auf mein eigenes System, weil ein paar Sachen doch dabei sind, die in dem Video nicht auftauchen, die ich dann doch gerne zeigen möchte. Ja und zum Schluss haben wir dann noch mal die Q&A Session, das heißt Fragen und Antworten und dann werden wir das Seminar oder dieses Webinar hoffentlich erfolgreich beschließen. Ich möchte auch noch ankündigen, dass hier eine Aufzeichnung stattfindet. Das heißt, wir werden dieses Webinar dann auch auf unseren YouTube Channel stellen von Mirasis und dort wird es etwa so in zwei, drei Tagen publik werden, sodass man sich das auch noch mal nachschauen kann, dass man sich noch mal ansehen kann oder vielleicht auch mit Kunden, Endkunden teilen kann, mit dem Kollegen teilen kann. Also wir wären da wirklich dankbar, wenn Sie das einfach weiter verbreiten. Lassen Sie uns anfangen über Mirasis. Was ist Mirasis? Vielleicht sind einige von Ihnen da, die Mirasis noch nie gehört haben, noch nie damit gearbeitet haben. Dann ist es ganz gut, wenn man am Anfang so ein bisschen darüber erzählt, was Mirasis, wer wir sind und was wir tun. Das, was uns ausmacht, grundsätzlich ist, dass wir in offen ein Video Management Plattform schaffen oder auch verkaufen, die offen, intelligent, einfach und sicher ist. Was bedeutet das? Offen bedeutet, dass wir eine Plattform haben, die mittels Interfaces, die wir haben mittels SDKs und auch mittels Funktionalitäten sehr offen mit anderen kommunizieren kann. Das heißt, es ist relativ einfach und relativ schlicht gehalten, wie wir uns mit Drittsystemen unterhalten, um die Daten davon zu bekommen, daher zu bekommen, um diese Daten bei uns weiter zu verarbeiten oder dann auch Daten an Dritte weiterzugeben. So kommunizieren wir mit Zutrittskontrollsystemen genauso wie mit einer PSIM-Lösung oder einem Building Management System, bauen unsere Systeme dort ein. Das heißt, unsere Partner tun das teilweise und das ist eine sehr offene Kommunikationsstruktur, die wir dort haben. Offen bedeutet natürlich auch, dass wir mit allen Kameras oder fast allen Kameras auf dem Markt zusammenarbeiten. Das heißt, entweder über Dedicated Treiber, also native Treiber oder über einen OnWiV Treiber, aber auch über RTSP-Streaming, Web-Streaming und so weiter und so fort. Und selbst der Monitor eines PCs ist für uns eine Datenquelle, die wir aufzeichnen können. Intelligent bedeutet, dass wir natürlich auch hier sehr stark bestrebt sind, zu automatisieren, Intelligenz in die Systeme einzubauen. Das heißt, zum Beispiel, wir werden demnächst eine Gesichtserkennung haben. Wir haben Nummernschilderkennung in dem System drinnen, aber es geht noch viel weiter. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Das heißt, was kann man mit Deep Learning filtern? Was kann man mit KI machen heutzutage in Videos, um bestimmte Verhaltensweisen oder Abhängigkeiten von Verhaltensweisen zu detektieren und zu alarmieren? Etwas, was eine normale Video Content Analyse heutzutage noch nicht machen kann. Intelligenz bedeutet aber auch, dass wir in Daten Intelligenz suchen. Das ist auch etwas, wo wir uns immer weiterentwickeln, dass wir nicht nur die Videos als Datenquelle sehen, sondern alles, was uns als Datenquelle zur Verfügung steht. Wir sprechen von IoT Devices, wir sprechen von Drittsystemen und so weiter und so fort. Und dass wir hier aus diesen Datenquellen natürlich intelligente Analysen machen können. Einfach, ja, Meresis ist sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv. Das ist eigentlich unser Hauptmerkmal, dass wir bei den Kunden immer wieder feststellen, dass sie sagen, Mensch, da brauche ich kein großes Training dafür. Das ist super. Da reicht mir ein einfaches Training und dann kann ich damit umgehen. Wir können natürlich komplexe Systeme oder wir bauen natürlich auch sehr komplexe Systeme auf. Dann wird das etwas spannender. Aber in der Regel ist auch die Konfiguration, die Administration, die Wartung des Systems ist relativ einfach. Ja, und sicher, das ist ein großes Thema für uns. Das heißt, Kryptierung, Verschlüsselung der Kommunikation im System zu Drittsystemen, genauso wie die Verschlüsselung der Streams selber. Das heißt, es ist die Kryptierung der Streams, sodass sie nicht mehr von der Kamera gelesen werden können, irgendwo zwischendrin. Zutritt, Zugang zu dem System, das sind so die Themen, was das System sehr, sehr sicher macht. Und wir arbeiten da auch weiterhin dran, immer mehr Sicherheit zu bringen. Eines der großen Themen heute ist tatsächlich, wir haben diesen Spotter-Web, diese Spotter-Web-Applikation tatsächlich entwickelt, weil wir hier auch noch mehr Sicherheit haben wollten. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Grundsätzlich geht es uns also um das Sammeln, Speichern, Bereitstellen von Daten von Kameras und anderen verwandten Sensoren oder anderen Sensoren, die der Kunde benötigt. Ein bisschen kurz was zu Mirasis. Wir sind seit weit über 20 Jahren mittlerweile im Geschäft. Unser Hauptsitz ist in Finnland, in ESPO, nahe der Universität. Und wir betreuen machen eigentlich hauptsächlich, sagen wir es mal so, indirektes Geschäft. Das heißt, über unsere Vertriebspartner weltweit. Wir haben da weit über 70.000 Kunden mittlerweile. Wir haben weit über eine Million Kameras. Ich schätze mal, dass das weit darüber hinausgeht, die Zahl. Und wir sind vertreten mit unseren Partnern in mehr als 40 Ländern. Teilweise über Mirasis Dependancen, eigenständige. Teilweise dann über die Partner, Vertriebspartner, Distribution, Errichter, Systemhäuser. Und wir haben auch einige ganz wenige Key Kunden, die wir auch selbst betreuen in Kooperation mit unseren Partnern. Ja, das Ecosystem, wie ich es vorher schon angekündigt hatte. Wir haben mittlerweile sehr viele namhafte Kooperationen und Integrationen mit Herstellern. Das ist also auch nur hier eine Selektion von Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und Sie sehen, dass das über die Technologie Provider wie Dell, Microsoft, Intel und so weiter hinausgeht. Wir haben Command-Control-Systeme hier von Fast Systems, mit denen wir auch bald wieder ein Seminar haben werden. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit Advances zum Beispiel, nur als Beispiel herausgenommen mit VCA Technology. Wir arbeiten mit Kameraherstellern wie Dahua, Hikvision, Bosch, Axis und so weiter eng zusammen, um hier auch mehr Werte zu generieren, um die Intelligenz aus den Kameras herauszulesen und so weiter und so fort. Naja, und dann mit diesem großen Paket, wo wir immer nach links und nach rechts schauen, was könnte unseren Kunden, unseren Partnern auch noch zusätzlich nutzen, um das System noch reichhaltiger zu machen, fühlen wir uns sehr, sehr wohl oder zu Hause in allen vertikalen Märkten. Egal, ob das der Bankensektor ist, Stadtüberwachung, der Handelsbereich, Flughäfen, Häfen, Militärinstallationen oder sei es in Anführungsstrichen nur, dass es um Casinos geht. Casinos sind ein sehr herausfordernder Kunde, die sehr viele, sehr hohe Ansprüche stellen und da lernen auch viele unserer anderen vertikalen Kunden sehr, sehr viel davon. Also, wir fühlen uns wohl in jedem Bereich, egal, ob welcher Sektor es ist und egal, wie groß es ist. Ob es ein kleiner Kunde ist, der jetzt nur vier Kameras für zu Hause hat oder ob es ein Kunde ist, der zigtausend Kameras verteilt an verschiedenen Standorten hat. Okay, dann gehen wir jetzt in Medias Res. Mirrorspotter Web. Was ist das? Das ist unser neuer HTML5-Client. Das heißt, das ist ein Web-Client, der auf HTML5-Basis arbeitet, nicht mehr auf Java, wie das früher der Fall war und wo wir auch immer große Schwierigkeiten oder in Sicherheitslücken haben. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, mehr Sicherheit und dieser Client erlaubt es uns natürlich, auf der anderen Seite auch mehr Funktionalitäten zu bringen und diese Funktionalitäten in Zukunft auch zu erweitern im Bereich der HTML5-Architektur. Sie haben also die Möglichkeit mittlerweile, Mirasys, das VMS, von jedem, entweder von einem Desktop, ohne eine Windows-Applikation, von jedem Mobiltelefon zu nutzen. Sie brauchen keine Installation mehr. Sie rufen Ihren Browser auf, Sie geben die IP-Adresse ein, Sie geben die Adresse des Systems ein und können sich sofort connecten. Sie haben die Möglichkeit, remote auf das System zu greifen, das ganze System auch zu managen. Das heißt, von zu Hause aus über die Firewall und Sie haben auch hier von Haus aus gleich die HTTPS-Kommunikation, also gesicherte Zugang und gesicherte Nutzen zu dem System. Wofür braucht man das? Oder nein, da sind wir noch nicht so weit. Sorry, jetzt bin ich schon ein bisschen zu schnell. Ja, hier vielleicht noch mal kurz die Logins. So sieht also zum Beispiel unsere IP-Adresse hier aus. Wenn wir uns das mal anschauen. Na, was habe ich denn hier? Habe ich so einen Laserpointer? Jawohl, hier, das ist die HTTPS und dann kommt einfach nur die IP-Adresse des Master-Servers, des Servers, auf dem die Web-Applikation installiert ist. Und dann kriege ich meinen PC-Login, der sieht dann so aus. Oder hier für die Mobile-Version, dann stelle ich einfach hier hinten nochmal ein Slash-Mobile, ein Slash-M an und bekomme dann die Mobile-Auflösung für das System. Natürlich, das muss ich auch sagen, mit etwas reduzierter Funktionalität. Also da sind dann so ein paar Sachen nicht dabei, auf die ich auch später vielleicht nicht unbedingt eingehe. Aber ich sage es Ihnen, probieren Sie es einfach aus. Ja, und dann ist es tatsächlich so, egal welchen Browser Sie momentan haben. Sie sehen hier Google, Edge, Firefox, Safari und das ist, ich habe es schon wieder vergessen, benutze ich selber nicht. Ich benutze Firefox hauptsächlich. Dann können Sie das hier tatsächlich, können Sie mit jedem Browser arbeiten. Okay, welche Szenarien sind denn für uns wichtig? Was wäre denn so ein Szenario, wo man das tatsächlich nutzen kann? Sie wissen, dass wir unsere Applikationen für Android und für iOS-Phones haben. Ja, gut und schön und Sie sehen auch, welche Limitierungen wir teilweise da drin haben. Für uns ist das ein ganz schwieriges Thema, weil wir müssen gerade bei den Herstellern oder bei den Betriebssystemen, die wir dort haben, immer wieder nachziehen. Wir können nicht alle Funktionalitäten hineinbringen ohne einen großen Aufwand und es ist auch nicht mehr so richtig State of the Art für gerade so komplexe Systeme, solche eigenen Apps zu haben, die dann doch teilweise sehr limitiert ist, auch Geld kosten und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wirklich hier den Spotterweb ein bisschen zu pushen. Nehmen wir das eine Beispiel hier, Sie sind Security Guard, also ein Sicherheitswachmann und Sie machen Ihre Runden in Gebäude, in den Kirchen oder wo auch immer Sie gerade tätig sind, welchen Auftrag Sie haben und dann kommt irgendwann ein Alarm ein und Ihr Zentrale möchte Sie informieren. So, das geht in der Regel so, dass Sie dann ein Walkie Talkie haben oder ein Sprechfunkgerät und dass Sie darüber Ihre Informationen bekommen. Ja, dann haben Sie aber die visuelle Information nicht. So, was ist denn leichter als ein Smartphone zu haben für den Outdoor-Bereich, sich zum Beispiel über das WiFi oder auch über das LTE-Netz, heutzutage ist das ja fast schlechendeckend, 5G, einzuloggen und diesen Alarm auch visuell zu bekommen. Sie sehen also genau, was passiert hinter der nächsten Ecke. Das heißt, Ihre Kollegen können Ihnen Hinweise geben, Ihre Kollegen können Ihnen die Möglichkeit geben, damit, dass Sie sich einloggen und visuell tatsächlich sehen, was passiert denn in meinem Bereich, dass ich vorgewarnt bin. Das ist ja wesentlich mehr als nur die reine Information, pass auf hinter der nächsten Ecke, da lauert jemand oder schau mal bitte am Zaun, am Zaunsektor so und so nach, da ist irgendwas passiert. Sie können gleich drauf schauen und sind wesentlich besser informiert als jemals zuvor. Zweite Möglichkeit, Sie sehen hier Polizei, Militär, Militärpolizei, was auch immer. Sie sind auf Streife, Sie haben die Informationssysteme in Ihrem Fahrzeug und dann wäre es auch ein leichtes, eigentlich über die heutigen öffentlichen Netze tatsächlich einen Stream zu senden oder sich auch einen Stream abzurufen von Straßenverkehrsüberwachungskameras, um vielleicht einen Unfall vielleicht sofort nachzuvollziehen. Sie haben an einer Kreuzung einen Unfall, müssen den aufnehmen und Gegner A behauptet das, Gegner B behauptet das. Sie könnten jetzt, wenn Sie tatsächlich Kameras in dem Bereich der Stadtüberwachung haben, diese Kameras aufrufen, könnten sich die Szenarien wiedergeben lassen, könnten Sie auch mit den entsprechenden Unfallbeteiligten besprechen und hätten so die Möglichkeit tatsächlich aufzuzeigen, wie es wirklich war. Also eine wesentliche Vereinfachung, vorausgesetzt, dass hier die datenschutzrechtlichen Bestimmungen tatsächlich passen. Ja, aber so haben Sie die Möglichkeit oder Sie bekommen einen Einsatz und bekommen die Informationen der Lage direkt visuell vor Ort, bevor Sie sich überhaupt in diese Lage hineinbegeben. Wir haben einen anderen Fall momentan, wo es tatsächlich auch um die Überwachung oder zeitweise Überwachung von kritischen Patienten oder Patienten mit kritischer Situation in Krankenhäusern geht. Da ist das Pflegepersonal mit sogenannten Mobiltelefonen ausgestattet, die im internen Netzwerk registriert sind und Sie bekommen können dann die Informationen der freigeschalteten Kameras in den Zimmern tatsächlich sehen, wie geht es dem Patienten, was passiert momentan, ist alles in Ordnung, ist er vielleicht aus dem Bett gefallen und so weiter und so fort. Also wirklich hier, das habe ich jetzt in einem Szenario tatsächlich, dass Ärzte und Pflegepersonal 24 Stunden Überwachung machen müssen, ohne direkt vor Ort zu sein. Also dort kann man mit Kameras arbeiten, die man ein- und ausschaltet und so tatsächlich auch hier auf das Smartphone streamt. Ja, dann gibt es vielleicht auch Unternehmen, die nur mit Thin-Clients arbeiten am Arbeitsplatz. Das heißt einem rudimentären PC, der eigentlich nichts anderes erlaubt als die einfache Arbeit dort, wo man nichts zwischenspeichern kann oder kaum und wo man auch keine großen Applikationen aufbauen kann. Ja, dann bietet es sich an, tatsächlich die Videoüberwachung über einen Webbrowser zu machen. Wir haben solche Szenarien zum Beispiel oftmals in Banken, in den Sparkassen und so weiter und so fort. Und dort wäre dann tatsächlich am Arbeitsplatz eine Video-Nachverfolgung tatsächlich möglich über einen Webbrowser. Ja, und ein letztes Szenario, Sie erkennen es garantiert, ich spreche hier nicht über das kleine Bild dahinten, Cartier, sondern über Apple. Das heißt, Sie haben vielleicht in Ihrem Unternehmen tatsächlich eine Struktur, die rein auf Apple basierend ist. Auf MacBooks, auf iOS-Phones, auf iPhones, iPads und so weiter und so fort. Das ist heutzutage eine Frage des Geschmacks, das ist eine Frage der Philosophie. Aber gerade in kreativen Bereichen, in kreativen Berufen, in der Journalistik sehen wir das sehr oft, dass Unternehmen sehr stark auf diesen Bereich setzen. So, und wie passt da jetzt ein Windows-basierendes Video-Management-System dazu? Man kann das Video-Management-System auf Windows laufen lassen, das ist ja in einer eigenen Blase, aber die Überwachung sollte auf Apple-Computern laufen. Ja, und dann nutzen wir einfach den Safari-Browser Ihres MacBooks oder was auch immer Ihre Mac Station oder was auch immer Sie haben und Sie haben damit automatisch einen Zugang zu Ihrem Video-Management-System, ohne eine Windows-Umgebung einführen zu müssen. Das ist nur ein Beispiel. Das waren so vier Szenarien, die wir haben, mit denen wir umgehen. Es gibt Sicherheit noch hunderte von Beispielen, der Vorgesetzte, der gerne von zu Hause aus seinen Fuhrpark überwachen möchte am Wochenende und so weiter und so fort oder gerne sehen möchte, was geht momentan in meinem Areal vor. Sie haben vielleicht einen Bauernhof, sind momentan unterwegs und möchten zum Beispiel auch Ihren Stall überwachen. Geht es meinen Kühen gut? Geht es meinen Pferden gut? Und so weiter und so fort. Also hunderte von Szenarien, wo man das tatsächlich nutzen kann. Das waren nur einige wenige Fälle jetzt. So, schauen wir uns mal die Funktionen erstmal theoretisch an. Erstmal haben wir schon gesagt, die gesamte Kommunikation ist grundsätzlich verschlüsselt. Das heißt, über HTTPS verschlüsselt. Das heißt, Sie haben hier eine sichere Kommunikation. Dann haben Sie, egal ob Sie die mobile Applikation haben oder über einen Webbrowser, über einen normalen Desktop-Webbrowser gehen, die Live-Ansicht mit bis zu 25 Kameras pro Kameraraster, also pro Tab, den Sie öffnen können. Also Sie können bis zu 25 Kameras gleichzeitig anzeigen. Sie haben auch in der Wiedergabeansicht auch bis zu 25 Kameras, die Sie gleichzeitig anzeigen können und wiedergeben. Und dann haben Sie auch frei wählbare Kameraraster. Sie können das automatisch machen. Sie können frei wählen bis zu 5x5 Kameras für einen Raster, für einen Tab. Ich spreche immer von Tabs. Ich zeige Ihnen das nachher noch, was das bedeutet. Sie haben eine PTZ-Steuerung drin, die sehr intelligent und sehr einfach, sehr intuitiv ist. Sie können sich Ansichten selber definieren mit Name und Layout. Das heißt, Sie können dem einen Namen geben. Sie können das Layout wählen. Sie können dieser Ansicht auch sagen, ob Sie zum Beispiel nur bei Motion eine Übertragung möchten oder nur bei Motion alle eine Sekunde oder so oder ob Sie eine konstante Übertragung haben möchten. Sie können sagen, ob Sie die Videos gecroppt, also zurecht geschnitten haben möchten oder ob Sie das volle Video sehen möchten und so weiter und so fort. Dann gibt es eine Alarmliste mit Filtern von aktiven und beendeten Alarmen, die Sie dort eingeben können. Und Sie können natürlich Material exportieren im ASF, MP4 oder SEF Format. SEF Format ist unser eigenes Format, das dann auch dementsprechend verschlüsselt ist, das auch nicht lesbar ist von einem handelsüblichen Media Player. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich Ihnen auch zum Schluss zeigen möchte. Es wird natürlich immer noch erweitert. Das heißt, wir werden auch in der nächsten Zeit und im nächsten Jahr da noch mehr Funktionalitäten hereinbringen. Wir haben da große Ideen, wie wir das machen möchten bis hin zur Konfiguration des Systems. Lassen Sie sich einfach überraschen, was wir da so bringen. Kurz noch zu den Spezifikationen. Wie sieht das aus? Also Sie sehen hier, dass wir auf der einen Seite die Spotter Web-Adresse haben. Das ist der DNS-Name des PCs oder die IP-Adresse. Und wir haben einen Web-Port, den Port 443, den wir nutzen, sodass wir auch von extern hineinkommen können. Von extern sähe das dann so aus, dass die Web-Adresse meine externe fixe IP-Adresse ist oder mein DNS-Name. Und dann, dass dieser Port dann dementsprechend vom Access Point weitergeleitet werden muss auf den Master-Server beziehungsweise auf unseren Web-Server. Wir haben hier ein SSL-Zertifikat drin. Wir arbeiten mit IIS hier drin. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Und wenn Sie dann das Spotter Web auf einem Server installieren, dann setzt der automatisch die Firewall-Exceptions, sodass Sie also hier keine Probleme haben. Wie sieht das im Einzelnen aus? Hier auch nochmal ganz kurz dargestellt. Wir haben hier auf der einen Seite, wenn ich das mal zeigen darf, unseren Master- und Spotter-Website auf dem Master-Server komplett installiert. Wir arbeiten hier mit unseren Slaves hier unten drunter. Das können V9-Slaves wie hier sein. Das kann aber auch ein V7-V8-Slave sein. Also geringere. Sie wissen ja, V9-V4 ist die höchste, die wir momentan haben, die höchste Version. Der Master hat immer die höchste Version und darunter können dann andere Server laufen. Und dann haben wir hier unsere Server-Ports, mit denen wir kommunizieren. Das ist der 5008 für die HTTP, die 8082 und die 8088 für den Export-Service. Von extern kommen wir dann einfach über den 443, den HTTPS-Port rein. Und dann steht hier noch was für ein Storage-Locker. Ja, diese Funktionalität gibt es von extern auch, aber darüber reden wir heute nicht. So, das Ganze kann natürlich auch dediziert verändert werden. Das heißt, wir können hier unseren Master trennen von unserem Spotter-Web. Das heißt, wir könnten das auch von einem eigenen Server laufen lassen. Unser Spotter-Web-Zugang hätten dann die Kommunikation mit dem Web-Server und die interne Kommunikation würde wieder über diese normalen Ports laufen. Das heißt, der Master kontrolliert alles inklusive des Slaves. Das wäre dann eine separate Installation. So sieht das Ganze aus. Also man könnte auch hier als Spotter-Website zum Beispiel einen Desktop oder sowas auch nehmen. Dann trägt man die Master-Adresse dann bei der Konfiguration ein und das war es dann. Ganz einfach, ganz trivial. Eigentlich innerhalb von zwei Klicks gemacht. Das war so ein bisschen über die Spezifikationen, die wir haben. Mehr ist eigentlich nicht notwendig. Also man muss sich merken, da gibt es auch ein User Manual dazu, wie man das einrichtet. Das ist also wirklich ein One-Pager und damit ist es ganz trivial. Ab wann ist es zu nutzen? Ab der Version 9.4. So, dann gehen wir mal in die Demo rein. Ich habe jetzt hier, na, ich muss jetzt mal gucken, dass ich meinen wieder loswerde, diesen Laser Pointer. Den möchte ich jetzt einfach loswerden. Okay, das macht man so. Jawohl, dann ist er weg. So, und jetzt habe ich ein kleines Filmchen vorbereitet. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. So, das starte ich. So, das erste ist, wie sieht der Login aus? Wie funktioniert das? So, dann machen wir mal einen Webbrowser auf. In dem Fall wäre das der Microsoft Edge. Und dann geben wir hier statt der Microsoft, geben wir jetzt dann unsere IP-Adresse oder den DNS-Namen ein. Und das war es. Und dann klicken wir auf OK. Dann öffnet sich das Login-Fenster. Sie können hier Ihren Nutzernamen eingeben. Entweder ist er bereits gespeichert oder er ist nicht gespeichert. Also, da gibt es auch die verschiedenen Möglichkeiten. Es ist auch ganz wichtig, wenn Sie das beim Kunden machen, dass Sie das auch dann disablen oder enablen. Er fragt Sie dann auch hier, sollen wir das Passwort speichern? In dem Fall sagen wir Never. So, und dann öffnet er einfach die Sitzung. Und jetzt halte ich das Ganze mal an. So, jetzt können wir, sehen wir hier das erste Mal dieses Frontend. Das ist relativ einfach aufgebaut. Sie sehen hier auf der einen Seite die Profile. Sie können also hier die Profile auswählen, mit denen Sie arbeiten. Sie sehen eine Tab für die PTZ-Steuerung hier auch. Dann sehen Sie hier auch den Aufbau, den Kamerabaum, so wie Sie den in den Profilen angelegt haben. Sie haben hier Ihre Kamera, Ihren Kamerabereich. Sie haben hier oben links, rechts oben, sorry, rechts oben Ihre Anmeldedaten, wo Sie dann auch Ihr Passwort zum Beispiel ändern können. Und dann haben Sie hier unterschiedliche Tabs, unterschiedliche Ansichten, die in Tabs hinterlegt sind. Sie sehen dann hier unten auch das Camera Grid. Da gehen wir jetzt dann nachher darauf ein, Alarmmanagement, Export und automatisch vergrößern. Aber das ist so der grobe Überblick und das schaut schon eigentlich sehr übersichtlich aus, sehr clever aus. Das Ganze, das zeige ich Ihnen nachher, ist dann natürlich auch zoombar, nicht in einem mobilen Browser. Zumindest habe ich es nicht rausgefunden. Wenn jemand weiß, wie es geht, kann er es mir sagen. Aber Sie können auch hier rein und raus zoomen. So und jetzt gehen wir mal weiter. Genau. Das kann man dann auch noch mal verändern. Das kann man dann aufklicken. So, wie öffnen wir eine Kamera mit einem automatischen Camera Grid? Das heißt, einem automatischen Kameraraster. Wir gehen also mal hier auf eine Klammer. Das ist ein Klick. Einfach einmal draufklicken und die Kamera öffnet sich automatisch. Wir klicken auf eine zweite Kamera und Sie sehen, dass sich das Kameraraster automatisch verschiebt. Das heißt, die vordefinierten Raster, die wir haben von 1x1 bis 5x5, werden automatisch aufgesetzt, wenn wir hier unten Automatik eingestellt haben. Genau, jetzt haben wir vier Kameras geöffnet. Das ist ganz wunderbar und es sieht eigentlich auch ganz toll aus. Sie sehen, es geht relativ schnell. Wie kann man Kameras schließen? Das ist ganz einfach, indem wir einfach auf das X da drücken und dann ist die Kamera wieder geschlossen. Wir können natürlich auch den ganzen Kamera View schließen. Dann würden wir da oben hingehen, aber das wollen wir jetzt nicht. Und jetzt können wir wieder einfach eine neue Kamera öffnen und sind immer noch auf dem einen Tab drauf und schließen sie wieder. Wie können wir eine Kamera jetzt auf den Vollscreen maximieren? Erst einmal können wir sowieso da oben die Adresse wegbeamen, indem wir F11 drücken in den meisten Fällen. Aber wir können auch hier diesen einfachen Pfeil nutzen, um das Ganze einfach uns mal heranzuzoomen auf den vollen Bildschirm. Und dann kann man das da unten wieder schließen. So, natürlich können wir auch vordefinierte Kameragrids benutzen. Das heißt, wir können jetzt hier, wir sind von automatisch, können wir hier unten gehen auf 1x1, 2x1 bis hin zu 5x5. Hier haben wir 3x3 mit einem Large. Und wenn ich dann anklicke, dann wird reihenweise, der Reihe nach, werden die Kameras aufgebaut. Also es geht wirklich von links nach rechts, so wie wir auch lesen und so werden die Kameras dort enabled. Ich kann sie jetzt nicht umswitchen, das geht nicht, noch nicht. Aber ich könnte jetzt auch das Kameraraster nochmal verändern. Ich könnte sagen, ich möchte 3x3 haben. Gehe auf 4x3 und so weiter und so fort. Also da gibt es alle Möglichkeiten, die wir haben. Sie sehen hier dann 4x3, dann sind zwei groß, dann sind es nicht mehr ganz so viele. Bis hin zu 5x5, die ich mir holen kann. Also da ist alles möglich. Und dementsprechend, dann blendet er auch die anderen Kameras auf, die nicht mehr drauf passen. Einen solchen New View oder so eine Ansicht zu kreieren, ist ganz einfach. Man klickt dann einfach auf New View. Dann gibt man dem Ganzen einen Namen. Dann kann man sich das Layout editieren. Man kann hier unten auch sagen, ich möchte jetzt das Image Fit auf Off, Stretch und Crop haben. Und unten, wie das Image oder der Stream geupdatet werden soll. So, das haben wir jetzt aufgemacht. Und jetzt können wir wieder unsere Kameras hineinbringen. Ganz einfach, ganz simpel. Er macht das jetzt nochmal, er holt sich das Nächste her. Ich stoppe das mal vielleicht ganz kurz hier, dass wir uns das dann auch mal ansehen können. Also Sie sehen hier tatsächlich das Grid oder das Kameraraster kann man hier vordefinieren. Wir können auch die Grid Borders, also die Ränder, ein- und ausblenden. Und dann können wir die Bilder entweder als Image Fit offline machen. Das heißt, sie werden komplett gezeigt, egal ob es Hochkant 16 zu 9 oder 4 zu 3 ist. Wir können sie stretchen, sodass sie genau in dieses Raster hineinpassen. Oder wir können sie auch croppen. Das heißt, dann werden sie so weit aufgezogen und dass sie genau in das Raster reinpassen. Also Stretch heißt, es wird gestretched und Crop heißt, es wird aufgezogen. Und dann haben wir auch hier die Möglichkeit, das Image Update, entweder Dauerwiedergabe, wenn Motion ist detected, also wenn die Bewegung da ist. Oder wenn die Bewegung da ist, dann ist das Minimumintervall zum Beispiel eine Sekunde, zwei Sekunden, zehn Sekunden und so weiter und so fort. Das ist besonders wichtig, wenn Sie geringe Bandbreiten haben. Das heißt, Sie wissen genau, Ihr LTE-Netz ist jetzt nicht so gut, aber Sie brauchen das. Dann können Sie hier mit diesem Update-Image einfach arbeiten und können hier so einfach die Bandbreite reduzieren. Das lassen wir jetzt mal weiterlaufen. So, lassen ihn da arbeiten, meinen Kollegen Tapio, der das gemacht hat. Vielen Dank dafür übrigens, das war eine klasse Sache. So, und dann können wir es wieder mit Kameras füllen, wie wir das vorher auch gemacht haben. Genau. Ich gehe jetzt vielleicht auch gleich einmal darauf ein, dass wir auch hier unten natürlich die Wiedergabe haben. Das wird in diesem Video jetzt nicht so gezeigt, aber wir können hier jetzt auf Live gehen. Wir können hier einen schnellen Vorlauf machen, einen normalen Vorlauf der Wiedergabe, pausieren rückwärts, schnell rückwärts. Wir können Bild bei Bild gehen. Wir können die Geschwindigkeit hier ändern. Das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen und wir haben dann auch hier den Kalender, um den Anfangsstartpunkt zu setzen, um einfach hier in den alten Daten zu suchen. Genau. So. Tapio ist gut. Wir wollen das nächste sehen. Opening Views. Das heißt, diese Tabs, die wir gesetzt haben, einfach zu öffnen. Das ist ganz einfach. Wir gehen dann einfach auf die einzelnen Tabs und dann braucht es ein bisschen Zeit, bis er sie geladen hat. Ja, genau. Und dann können wir einfach switchen. Und das ist genauso wie beim Spotter. Sie haben oben Ihre Tabs, Ihre Reiter. Und auf diesen Reitern können Sie tatsächlich rumhalten. Wollte ich schon fast sagen. Nein, Sie können sie einfach ändern. So, so ein View kann man natürlich auch editieren. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn ich ihn konfigurieren kann, kann ich ihn auch editieren. Damit gehe ich dann einfach hier zum Beispiel auf, was macht er? Auf 3x3. Genau. Dann geht er auf diesen Pfeil da oben und da kommt das Untermenü und dann kann er ihn editieren. Und dann kann er den jetzt wieder verändern. Kann jetzt sagen, ich möchte da ein bisschen was anderes haben. Also jederzeit ist das machbar. Und dann speichert er das einfach ab oder schließt es, wenn er nichts verändert hat. In dem Fall speichert er es jetzt gleich. Genau. Das Gleiche kann ich natürlich machen, wenn ich so einen Tab nicht mehr brauche. Dann kann ich ihn rausschmeißen, weil sonst wird das da unzu unübersichtlich. Dann gehe ich da einfach wieder auf diesen Pfeil und sage Close. Sie sehen auch hier Close all Streams, würde dann alle Streams erst einmal schließen. Aber Close würde hier bedeuten, ich möchte diesen View einfach entfernen. Das heißt, ich brauche den nicht mehr. Der gefällt mir nicht mehr. Ist nicht mehr notwendig. Und dann springt er automatisch auf den nächsten zurück. PTZ-Kontrolle. Ganz interessant. So, wir haben hier Kameras, eine PTZ-Kamera drin. Und wir möchten die gerne mit der PTZ-Kontrolle kontrollieren. Das heißt, wir machen sie auf und dann machen wir als erstes, wir reservieren uns die Kontrolle dieser Kamera. So, dann habe ich hier meine PTZ-Kontrolle, mit der ich mit der Kamera umherfahren kann. Ich kann auch die Geschwindigkeit einstellen hier. Und ich habe die Möglichkeit, auch wieder auf Home zu setzen, also die Grundposition. Dann habe ich die Möglichkeit, hier Zoom, Focus, Iris auch noch einzustellen. Das heißt, ich kann ja auch hier, wenn es die Kamera erlaubt, das tun. Ich habe hier meine Presets, die vordefiniert sind, die ich anschließen kann oder die ich auswählen kann. Ich kann auch einen neuen Preset setzen, zum Beispiel. Genau, das war's. Export-Funktion, auch eine spannende Geschichte. Ich habe hier meine Export-Funktion. Da gehe ich drauf. So, und jetzt kann ich mir aus den Kameras die auswählen, die ich brauche zum Exportieren. Gehe auf, kann hier einen Namen eingeben. Mir das Datum hier aussuchen, den Zeitpunkt. Sie sehen auch hier relativ einfach, einfach durch einen Klick. Das kann man sogar auf einem Touchscreen machen. Mein Enddatum. Dann suche ich mir das Format aus, kann hier noch die Quality eingeben, Keyframe-Intervall. Und dann starte ich einfach und dann geht es automatisch in den Download-Folder und zeigt mir an, wie viel Prozent bereits von diesem exportiert sind. Ich habe hier dann einen Test. Wenn ich den nicht brauche, dann kann ich ihn auch sofort wieder wegschmeißen. Genau. So, und jetzt starte ich den einfacher mal. So, der startet jetzt. Sehen, das geht relativ langsam. Es braucht fast vier Minuten, bis die drei Minuten weg sind. Also, das ist auch wieder abhängig von der Bandbreite, die wir haben. Genau. Das beschleunigen wir jetzt mal ein bisschen, indem wir einen Zeitsprung machen. So, jetzt ist es gleich bei 100 Prozent. Zack, jawohl. So, der Export ist komplett. Das sehen wir unten. Und jetzt können wir ihn, können wir ihn downloaden. Das heißt, er wird in ein ZIP-File gepresst und wird dann gedownloadet. Das zeigt er uns auch gleich nochmal. Wunderbar. So, klick drauf. So, es wird gedownloadet. Dann kann ich diesen Pfeil öffnen. Genau, da ist der Pfeil. Den kann ich dann entzippen. Extract all. Jawohl, Frontdoor. Und schon habe ich meinen Pfeil dort. Mehr brauchen wir nicht tun. So, dann schließen wir das Ganze. Ja, und dann sind wir erst einmal durch damit. Wunderbar. Aus dieser Geschichte hier raus. Ja, jawohl. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich wollte Ihnen noch zwei weitere Funktionalitäten zeigen. Ich habe jetzt hier mal mein eigenes System eingeblendet mit nur einer Kamera. Das Erste ist, dass wir das Alarmlisting haben. Wir haben hier unten, wir haben jetzt hier Alarme, die noch offen sind. Diese Alarme können wir auf der einen Seite, ja, hier auswählen. Das heißt, wenn ich hier hingehe, das ist jetzt der Vorführeffekt. Wahrscheinlich hängt mein System gerade. Dann gehen wir neu rein. Dann machen wir das doch neu. Es ist so, wenn man einen Desktop nutzt, einen normalen Laptop nutzt, dass der nicht immer die richtige Performance hat. So, das braucht jetzt ein bisschen Zeit. Okay. Nee, wahrscheinlich nicht. Mein System will gerade nicht. Dann machen wir es anders. Dann gehen wir zurück. Da. Okay. Dann gehen wir zurück zu unserer Präsentation. Sorry, dass ich Ihnen das nicht zeigen kann. Ah, doch. Jetzt kommt er langsam. Ha, wunderbar. Interessant. Gucken wir mal. Mal sehen, so kriegen. Nee, da tut sich jetzt gar nichts. Ah, doch. Jawohl. So. Gehen wir wieder rein. Genau, da haben wir jetzt das wieder. Jetzt läuft es wieder wunderbar. Ja, manchmal hängt es sich einfach auf, wenn man zu lange wartet oder nicht zu lange nicht mehr mit dem System arbeitet. Dann ist das einfach so bei meinem Rechner. Ja, so und da haben wir jetzt zum Beispiel unsere Alarmliste. In dieser Alarmliste können wir aktive und beendete Alarme aufführen lassen oder beide. Wir können sie ein- und ausblenden hier mit dieser Klingel. Und das ganze Spannende ist, wir können auch unsere Buttons zum Beispiel hier benutzen, um ein Licht einzuschalten oder sonst irgendetwas. Das machen wir jetzt da mal. So, es braucht ein bisschen Zeit. Das System ist echt langsam bei mir momentan. Jawohl. Schalte ich den zweiten auch noch ein. Das braucht jetzt auch wieder ein bisschen, bis es durchgedrungen ist. Jawohl. Jawohl. Ja, mein System ist doch recht langsam. Wir würden also hier eine Alarmliste jetzt normalerweise kriegen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht zeigen kann. Vielleicht poppt das noch auf. Und diese Alarmliste würde dann, könnten wir dann benutzen, um unsere Alarme abzufragen. Ist natürlich schade, dass das jetzt nicht so funktioniert, dass mein System da sehr langsam ist. Aber das ist der Vorführeffekt, das bitte ich zu entschuldigen. Okay, machen wir das zu. Gehen wir wieder zurück. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir kommen tatsächlich jetzt zur Q&A Session. Und in dieser Q&A Session können Sie gerne Fragen stellen. Sie haben mit Sicherheit auch jetzt hier ein paar Fragen, die ich Ihnen beantworten kann. So, erst einmal entschuldige ich mich nochmals dafür, dass das jetzt mit dem Live-System nicht so geklappt hat. Aber ich lasse tatsächlich auf meinem Laptop nicht nur den Master-Server, einen Recording-Server, VCA und so weiter laufen, sondern auch meine Teams momentan. Und dann stockt das irgendwann. Da muss ich, glaube ich, mal ein bisschen verbessern. Ja, die erste Frage, die hier kam, ist, okay, gibt es dafür eine Lizenz und was kosten die Lizenzen? Nein, es gibt keine Lizenzen dafür. Es ist komplett kostenfrei. Das heißt, es ist mit implementiert. Dann gibt es eine Frage, kann ich das auch in der 8er-Version nutzen oder in der 7er-Version nutzen? Nein, das ist nicht der Fall. Version 9.4 ist die erste Version, die dieser HTML5-Client nutzt. Und alles, was da drunter ist, nutzt diesen HTML5-Client nicht. Sie können natürlich als Master die 9.4 nutzen und darunter andere Server haben mit geringerer Version oder kleinerer Version. Dann funktioniert das auch. Aber der Master muss die Version 9.4 haben. Ja, ich schaue gerade, gibt es irgendwelche weiteren Fragen? Ja, da ist noch eine Frage. Welche Browser werden unterstützt? Also es werden aus unserer Sicht alle Browser, die so momentan auf dem Markt sind, die so standardmäßig sind, tatsächlich genutzt. Das heißt, ein Edge, ein Opera, ein Firefox, ein Safari und ein Google Chrome. Das sind so die fünf, die eigentlich auf dem Markt verfügbar sind. Die werden unterstützt und auch auf den Mobiltelefonen werden die unterstützt. Okay, ich sehe, dass keine Fragen mehr sind. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen für Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank dafür. Ich bitte nochmals zu entschuldigen, dass das mit dem Live-System nicht so geklappt hat. Das passiert einfach, sollte nicht passieren, aber passiert einfach. Und wenn Sie weitergehende Fragen haben, wenn Sie es ausprobieren wollen, wenn Sie es testen wollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie können eine Demo-Version von uns bekommen, eine vollwertige Version, die dann 30 Tage läuft, mit der Sie das auf Ihrem System ausprobieren können. Wären auch erfreut, wenn Sie uns Ihr Feedback dazu geben, wie Sie das finden, wie es bei Ihnen ankommt, wie gesagt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, wenn wir uns bald wiedersehen zum nächsten Webinar. Ich versuche, mein System dann bitte auch wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, seien Sie uns wohlgesonnen und bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.